Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert. In diesem kleinen Video möchte ich einen Begriff klären, nämlich den Begriff duales System. Dieses duale System ist unser Ausbildungssystem, das nennen wir duales System. Warum dual? Weil dual 2 bedeutet, Strukturzahl also 2, dual 2. Und zwar meint es die Aufteilung der Ausbildung junger Menschen auf den Ausbildungsbetrieb und die Berufsschule. Wobei das noch nicht der Erfolgsfaktor ist, sondern der Erfolgsfaktor ist die Verkettung, die Verzahnung zwischen diesen beiden. Das heißt, Berufsschule liefert die Theorie, das ist ja in der Regel Blockunterricht, während einer 2- oder 3-jährigen Ausbildung gehen die Auszubildenden in Blöcke von Berufsschulunterricht und im Ausbildungsbetrieb, wo man dann die Praxis gleich wenige Tage oder Wochen später lernt. Also noch einmal, es ist die Verkettung von Theorie und Praxis, die dieses duale System so erfolgreich macht und weltweit so viel Anerkennung kreiert hat. Ja, das ist also unser Ausbildungssystem, das sogenannte duale System. Schauen Sie unter spaßlerndenk-shop.de, wenn Sie an neuen Wegen des Lernens, an leichteren und schnelleren Wegen des Lernens interessiert sind. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.